Hallo liebe Fotofreunde, ich brauche keine Glaskugel um zu wissen, dass du dir meine Videos anschaust. Trotzdem wollte ich dich um etwas bitten in diesem Video heute. Du hast wahrscheinlich in den letzten Tagen Videos von unserem Team gesehen. Du hast vielleicht sogar einen Daumen vergeben und hast vielleicht sogar auf YouTube unsere Videos abonniert und sogar das Glöckchen aktiviert, sodass du erinnert wirst, dass du unsere Videos siehst. Das Ganze funktioniert aber nur dann, wenn du auch wirklich Daumen vergibst, weil nur dann glaubt der Algorithmus, dass du die Videos sehen möchtest. Das heißt, das Abonnement alleine oder das Aktivieren der Glocke reicht nicht aus. Du musst hergehen und musst Daumen vergeben und deshalb würde ich dich darum bitten, heute auf unsere Videos Daumen zu geben. Genauso gilt es natürlich für Facebook, für Instagram. Auch bei Facebook brauchen wir bei Postings deinen Daumen nach oben. Wir brauchen bei Instagram deine Herzen, die du uns schenkst, um uns zu motivieren, auch in Zukunft Postings, Videos, Podcasts für euch zu produzieren und euer Wissen zu erweitern. Das machen wir gerne und wir sind auch hoch motiviert durch deinen Daumen nach oben. Deshalb gleich jetzt in diesem Video abonnieren, Daumen nach oben und nichts mehr versäumen. Danke an alle unsere Fotofreunde.